Eine beeindruckende Sternenlaser-Show bringt Ihnen diese Prisma-Effekt-Lampe in Ihre Wohnung. Der Laser-Cube holt Ihnen die Sterne vom Himmel. Die geschliffene Kristallkugel im Innern des Würfels bricht das Licht in hunderte rote Punkte. Durch die Eigenrotation des Prismas ist die Lichtshow immer in Bewegung. Lichtpunkte schmelzen ineinander, driften ab und ziehen glühende Schweife hinter sich her. Für den atemberaubenden Sternenhimmel an der Wand oder Decke genügen drei AA-Batterien. Kabellos lässt sich der Würfel prima überall im Raum platzieren. Toll zum Entspannen oder einfach nur zum Staunen. Der Laser-Cube überrascht und fasziniert immer wieder aufs Neue. Er ist übrigens auch ein wunderschönes Mitbringsel, also schlagen Sie zu. Er ist übrigens auch ein wunderschönes dab discrets. Er ist übrigens auch ein wunderschönes. Er ist übrigens auch ein wunderschönes mit einem »Kermit war überrascht und Transikum-ible sfan嚴 immediar.